Japan steht vor einer demografischen Herausforderung. Die Menschen leben länger und es werden weniger Babys geboren. Das bedeutet, dass es mehr ältere Menschen gibt als je zuvor. Japans Bevölkerung altert rasant. Dieser Trend hat weitreichende Folgen für die japanische Gesellschaft, insbesondere für das Gesundheitssystem. Mit zunehmendem Alter benötigen Menschen naturgemäß mehr Gesundheitsleistungen. Diese steigende Nachfrage belastet das Gesundheitssystem. Die Regierung sucht nach Wegen, dieser Herausforderung zu begegnen und die Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung in Japan langfristig zu sichern. Die alternde Bevölkerung in Japan belastet das Gesundheitssystem. Mehr ältere Erwachsene bedeuten einen größeren Bedarf an medizinischen Leistungen, von regelmäßigen Kontrolluntersuchungen bis hin zur Langzeitpflege. Diese steigende Nachfrage führt zu einer finanziellen Belastung des Gesundheitssystems. Um dieser Herausforderung zu begegnen, erwägt die japanische Regierung, die Gesundheitskosten für ältere Erwachsene zu erhöhen. Diese Entscheidung ist durch die Notwendigkeit motiviert, eine nachhaltige Finanzierung der Gesundheitsversorgung für eine alternde Bevölkerung zu finden. Derzeit zahlen Menschen ab 75 Jahren in Japan in der Regel 10% ihrer Behandlungskosten. Die Regierung schlägt jedoch vor, diesen Prozentsatz auf 30% zu erhöhen. Das bedeutet, dass ältere Erwachsene für einen größeren Teil ihrer medizinischen Ausgaben selbst aufkommen müssten. Dieser Plan soll die finanzielle Belastung des Gesundheitssystems etwas verringern. Indem ältere Erwachsene gebeten werden, mehr beizutragen, hofft die Regierung, die langfristige Tragfähigkeit der Gesundheitsversorgung in Japan zu sichern. Die geplante Erhöhung der Gesundheitskosten könnte erhebliche Auswirkungen auf ältere Menschen in Japan haben. Diese Kostensteigerungen betreffen vor allem jene, die bereits mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Viele ältere Menschen leben allein und haben keine Unterstützung von Familienmitgliedern, was die Situation noch schwieriger macht. Für diejenigen, die von einem festen Einkommen leben, wie Zamsbe einer Rente, könnten die zusätzlichen Ausgaben eine Herausforderung darstellen. Diese Menschen müssen oft jeden Yen umdrehen, um über die Runden zu kommen. Die steigenden Gesundheitskosten könnten dazu führen, dass sie auf wichtige medizinische Behandlungen verzichten müssen. Es ist wichtig zu berücksichtigen, wie sich diese Politik auf das Wohlergehen älterer Erwachsener auswirken könnte. Die psychische Belastung durch finanzielle Sorgen kann ebenfalls nicht unterschätzt werden. Viele ältere Menschen könnten sich isoliert und überfordert fühlen, was ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Die Regierung ist sich der potenziellen Belastung für ältere Menschen bewusst und prüft Maßnahmen, um die Auswirkungen abzumildern. Es werden verschiedene Strategien diskutiert, um sicherzustellen, dass die älteren Bürger nicht unter den steigenden Kosten leiden müssen. Dazu gehört die Prüfung einkommensabhängiger Schwellenwerte für die erhöhten Kosten, um sicherzustellen, dass Menschen mit geringerem Einkommen nicht unverhältnismäßig stark betroffen sind. Es wird auch überlegt, zusätzliche finanzielle Unterstützung oder Subventionen für besonders bedürftige ältere Menschen bereitzustellen, um ihre Lebensqualität zu sichern. Die mögliche Erhöhung der Gesundheitskosten wirft insbesondere bei älteren Menschen, die allein leben, Bedenken auf. Ohne die finanzielle und emotionale Unterstützung von Familienmitgliedern könnten diese Menschen vor größeren Herausforderungen bei der Verwaltung ihrer Gesundheitsausgaben stehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, auf die besonderen Bedürfnisse dieser gefährdeten Gruppe einzugehen. Die Regierung prüft Möglichkeiten, ältere Menschen, die allein leben, zusätzlich zu unterstützen. Dazu gehören der Ausbau von häuslichen Pflegediensten und die Förderung sozialer Kontakte, um Einsamkeit und Isolation zu bekämpfen. Die japanische Regierung erkennt an, wie wichtig das soziale Wohlergehen älterer Menschen ist und ergreift daher auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Einsamkeit und Isolation. Dazu gehört die Förderung von Gemeindezentren und sozialen Aktivitäten, bei denen ältere Menschen mit anderen in Kontakt treten können. Diese Initiativen zielen darauf ab, älteren Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Sinns zu vermitteln und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem sie sich entfalten können. Die Regierung setzt sich dafür ein, ältere Menschen, die keine Familienangehörigen haben, auf die sie sich verlassen können, angemessen zu unterstützen. Dies ist besonders wichtig in einer alternden Gesellschaft wie Japan, wo die Zahl der älteren Menschen stetig zunimmt und viele von ihnen allein leben. Dazu gehört die Stärkung der sozialen Dienste, wie Zamsbe, häusliche Pflege und Einrichtungen des betreuten Wohnens. Diese Dienste sind darauf ausgelegt, den älteren Menschen nicht nur physische Unterstützung zu bieten, sondern auch emotionale und soziale Unterstützung, die für ihr Wohlbefinden unerlässlich ist. Diese Dienste sollen denjenigen, die sie am dringendsten benötigen, grundlegende Pflege und Unterstützung bieten. Dazu gehören Hilfe bei alltäglichen Aufgaben, medizinische Betreuung und regelmäßige Gesundheitschecks, um sicherzustellen, dass die älteren Menschen in guter Verfassung bleiben. Durch die Ausweitung des Zugangs zu diesen Diensten will die Regierung sicherstellen, dass alle älteren Menschen, unabhängig von ihrer familiären Situation, Zugang zu der Pflege haben, die sie benötigen, um ein erfülltes Leben zu fügen. Dies umfasst auch die Förderung von Gemeinschaftsaktivitäten, die den sozialen Zusammenhalt stärken und das Gefühl der Isolation verringern. Die vorgeschlagene Erhöhung der Gesundheitskosten für ältere Erwachsene ist zwar eine bedeutende politische Veränderung, doch ist zu beachten, dass einige Bereiche unverändert bleiben. So hat die Regierung beschlossen, das Kosei-Nenkin-System nicht zu überarbeiten. Das Kosei-Nenkin ist ein zusätzliches Rentensystem für Personen, die nach Erreichen des Rentenalters weiterarbeiten. Einige Experten haben sich für eine Überprüfung dieses Systems ausgesprochen, doch die Regierung hat sich entschieden, es vorerst unverändert zu lassen. Die Herausforderungen, die eine alternde Bevölkerung mit sich bringt, sind komplex und vielfältig. Sie betreffen nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern auch die soziale Integration, die finanzielle Sicherheit und die allgemeine Lebensqualität der älteren Menschen. Diese Herausforderungen entwickeln sich ständig weiter und erfordern flexible und innovative Lösungen. Die japanische Regierung erkennt an, dass die Politik ständig überprüft und angepasst werden muss, um den sich ändernden Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, sind Teil einer langfristigen Strategie zur Bewältigung dieser Herausforderungen und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Zukunft für alle Generationen. Die Regierung hat sich verpflichtet, ihre Politik regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie wirksam bleibt und auf die Bedürfnisse älterer Menschen eingeht. Dies umfasst nicht nur die Gesundheitsversorgung, sondern auch die soziale Unterstützung und die Schaffung von Möglichkeiten für ältere Menschen, aktiv und engagiert zu bleiben. Dieser kontinuierliche Prozess der Bewertung und Verbesserung ist entscheidend für die Schaffung einer Gesellschaft, in der ältere Menschen komfortabel und in Würde altern können. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich sicher und unterstützt fühlen, ihre Interessen verfolgen und ihre Fähigkeiten weiterhin nutzen können. Japan ist bei der Bewältigung der Herausforderungen und Chancen, die eine alternde Bevölkerung mit sich bringt, führend. Das Land hat innovative Programme und Initiativen entwickelt, die nicht nur die Lebensqualität der älteren Menschen verbessern, sondern auch ihre aktive Teilnahme an der Gesellschaft fördern. Das Engagement der Regierung, ältere Menschen umfassend zu unterstützen, zeigt sich in ihrem vielfältigen Ansatz. Dazu gehören nicht nur finanzielle Unterstützung und Gesundheitsversorgung, sondern auch soziale Initiativen, die darauf abzielen, die Isolation zu verringern und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Dazu gehören finanzielle Unterstützung, Gesundheitsversorgung und soziale Initiativen. Diese Maßnahmen sind darauf ausgelegt, den älteren Menschen ein Gefühl der Sicherheit und des Wohlbefindens zu geben, während sie gleichzeitig ihre Unabhängigkeit und Würde bewahren. Während Japan die Komplexität einer alternden Gesellschaft weiter meistert, dienen seine Erfahrungen und seine Politik anderen Nationen, die mit ähnlichen demografischen Veränderungen konfrontiert sind, als wertvolle Lektion. Die japanischen Ansätze und Lösungen bieten Einblicke und Inspiration für Länder weltweit, die ebenfalls nach Wegen suchen, ihre alternde Bevölkerung zu unterstützen. Das ultimative Ziel ist es, eine Gesellschaft zu schaffen, in der ältere Menschen ein erfülltes Leben führen, ihre Weisheit und Erfahrung einbringen und gleichzeitig die Pflege und den Respekt erhalten, die sie verdienen. Es geht darum, eine inklusive und unterstützende Gemeinschaft zu fördern, in der jeder Einzelne, unabhängig von seinem Alter, wertgeschätzt und respektiert wird.